Er sagt immer, er spielt gar nicht. Er spielt nicht gegen seine Mitte ohne... Das kauf ich ihm nicht ab, das er nicht immer gegen seine Mitte ohne Spiel. Er hat eine krasse WG. Ja, aber die spielen eigentlich nicht. Als ob er nicht gegen Marius und Maxi zuckt, egal. Kannst du mir nicht erzählen. Ist der ein Alibi halt, das ist der große gemeinsame John. Ist der, ne, wir trainieren nie. Die teilen wahrscheinlich auch den Pott unter sich auf am Ende. Die gehen einfach alle sich gegenseitig durch das Bracket-Carry. Und dann passiert das, was passieren muss. Also ich hab eben Konstantin sagen gehört, dass hinterher, wenn dann im Grand Finals Arthur gegen Niki spielt, und dann hat er so eine kleine Pause gemacht und gesagt, wenn Arthur so weit kommt. Und dann war ich so wie, kannst du bitte elaboraten, was du damit meinst? Und er hat nicht weiter gesprochen. Und ich dachte, spannend. Wir werden sehen, was der Konsti Final Practice rausbringen kann. Ich glaube fest, ich wette völlig unironisch auf Konstantin. Schwierige Angelegenheit. Ich würd immer noch sagen, Arthur ist leider ein bisschen zu gut, aber Konstantin ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Die Chance ist da. Arthur ist leider nicht schlecht. Obwohl, ich hab Konzis Set gegen Armtha gesehen live. Das war ja echt krass. Ja. Japan-Konstantin war eine andere... Der hat 3-2 verloren. Ja. Jo. Aber ist auch Yoshi. Ja, trotzdem. Nein, nein. Gegenheil in einem der besten der Welt. Das Problem ist, Karin ist halt genauso gut wie Amsa, nur konnte das nie unter Beweis stellen. Naja, also alles fing an mit dem... mit dem Air-Crew-Battle zwischen USA und Deutschland, wo Arthur S2J ein bisschen gezogen hat. Aber es war Drunk S2J, also darf man da nicht zu viel Wert drauf legen. Aber es ist immer noch S2J. History. Es ist leider... Schlecht ist ja nicht. Es ist immer noch die Berliner Legende auf jeden Fall. Der erste Tomahawk. Wenn das Game losgeht, dann weißt du, dass das so ein Nerd sind, die spielen. Direkt Empty Hop Grab. Nice. Upsmash. Oh Gott. Kein Wave-Dash verpasst. Ja, ja, ja. Niemand hat auf CAT gespielt seit 2 Jahren. Oh! Side-B. Das ist auch kein Stock weg und Switcher geside. Nice. Mehr. Oh. Nicht der Erkältungslos. Math-Killer. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Der Lead ist vorhanden zumal. Das war das Gegenteil von einem souveränen Stock. Deswegen abwarten. Wir müssen gucken, wie sich beide reinfinden in diese Sets. Nice. Jajaja, absolut. Schöner Abwehr. Den mag ich total gerne. Aber Karon mit dem Loop-Delay, mit der Side-B. Karon ist der F-Smasher-Master. F-Smasher ist auch wirklich Broken-Gut, Alter. Ist auch gut. Es können so anders viele Sachen kamern. Man denkt einfach gar nicht dran, was es alles kapern kann. Auch F-Tilt ist auch krass. F-Tilt ist schon nice. Aber F-Smasher ist tag seit 2001. Immer schon gut. F-Smasher war schon seit Tag 1 um dir. Wirklich. Das wurde schon immer gewusst. Jeder ist so, okay, krass. Ganz schön grob. Wir hatten halt alle Roy. Karon-Kombo. Roy ist einfach trash. Und da liegt Konstantin auch schon hinten. Sad. Aber, schöner Song. Aber vielleicht kann er mit einer... Ein Grab kann ausreichen. Der Tauntilt. Er braucht einfach nur die Winden. Akademisch. Oh, schön. Aber Konstantin macht auch immer mehr Abwehrs. Weißt du, was Konstantin auch hat? Die schnellsten Abwehrs. Von Boden. Oh, er hat schon sehr schnell Abwehrs. Ist wirklich nice. Oh, ich liebe es halt wie gegen Mark. Yes. Schon immer saftig. Wirklich saftig. Juice. Ohohohoho. Ohohohoho. Da sehen wir mal wieder die Power des F-Smashes. Ganz zweites Mal. Da sehen wir mal wieder die Power des F-Smashes. Du denkst du kannst mich ein zweites Mal hochge... Richtig hoch die Aeit. Ganz komisch. Eigentlich ein Jang-Grab. Aber... Verwirr. Noch ein Sidebees. Noch ein Sidebees. Hier so viele Sidebees. Ah, Shit-Grab. Jaja, komm, da ist er. Aber ne, warte mal ein. Oh, Konstantin mit dem High-Level Gameplay. Oh, da, da. That's it! Alles safe? Aber Karol kann leider alles coveren, was Konsti jemals versucht hat in seinem Leben. Deswegen das erste Game noch für Arten und Wein hin und her. Ich darf helfen Konstantin alle seine Toter von uns. Die eine, ja. Pass auf, jetzt kommt das eigentliche Game 1. Das waren alles Handworbers? Eigentlich durch so eine 2-0, weil... Eigentlich durch so eine 2-0 wegen FD. Wir sind nicht weiß. Ich hoffe, Arten verliert. Ich hoffe. Guck mal einfach, wie hot, hot, hot der Sommer ist. Er ist wirklich hot. Aber das hilft nichts, wenn du so geschlachtet wirst. Wenn du einfach gemacht wirst. Aber er kann überlebt irgendwie aus irgendeinem Grund. Geh nur 88 mit 88 Prozent. Jetzt nicht mehr. Uh. Fair. Ist fair ein dummer Move, Mann. Fair ist so ziemlich fair. Fair to down, ja. Fair to down, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nrw Mann. Nrw Mann. Nur Nrw Mann. Kann Stomnias hitten. Kann Stomnias hitten. Oh schön. Und dann auf 669 Prozent. Jawoll. Das ist nur ein Nrw Mann. So kann sowas. Alles gleich. Let's go. Hat sowas jemand noch mal gehittet? Ich glaube nicht. Eigentlich kann man auch ein Trinkspiel machen. Warum ist Arten so? Ein Stomnias trifft dann einfach ein Trink. Ja, das ist schon ein gutes Trinkspiel. Aber er muss auch davon gehen. Alkoholvergiftung. Incoming. So viele Side-Bees von Karon. Ist das immer schon so? Das Gefühl, das ist neu. Manchmal ist es ja so, mit die besten Melee-Spieler der Welt sind ja Eltern. Und vielleicht gibt es da nochmal so ein Upgrade, das man nicht weiß. Wovon die Leute noch nichts wissen, wenn du in diesen Realm aufsteigst. Nice. Tilt. Grab. 160 Prozent. Jutsuki. Crazy. Geil. Oh, dieser Stom. 170 Prozent. Und Captain Falcon. Oh, das geht nicht auf Dreamland. Und er lebt immer noch. Lebt immer noch. Let's go. Aber das ist völlig daneben. So nicht. Not like that. Mal auf bisschen. Nice. Yes. Math killer. No, fine. Not necessary. Geiler Stomp. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Combo. Schön. Let's go. Grab einfach die letzte. Schön. Genau so. Was geht Meilen? Genau. Let's go. Komm. Ja, 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 ja. Let's go. Let's go. Let's go. Genau so macht er das. Bringt das schön wieder zurück. Easy. Sich das Game jetzt einfach so in die Tasche stecken. Side B. Hatten wir noch nicht. Nice. Oh mein Gott. Einfach. Einfach. Einfach wild B gespampt. Ja, so geht doch mal. Einfach Tassen spampt. Einfach drücken. Einfach C-Stick immer nach links oder rechts gucken. Einmal im Uhrzeigersinn und B drücken und dann geht das schon. Schön. Schade. Nicht den F-Smash gefunden. Am Ende. Oh. Ab wie. Super sexy immer. Old Grab. Ab her. Ab her. Oh. Regret. Yes. Oh. Kann rein. Schön. Ja, ja, das sieht man noch. Oh. 68%. Ja, aber das ist immer noch von Arthur und das ist leider ganz... Oh ja. Okay. Platon rettet ihn. Nochmal Ab her. Schön. Kein Jump. Ja, ja. Schnell genug da. Oh. Oh. Nie. Kein B. Jawoll. Der hat schon wieder. Same move. Nee, das ist gar nichts. Oh. Oh. Fast geschießt. Yes. Let's go. Nice. Ladies and Gentlemen. We have a match. We have a match. Ja. Oh no! Okay, Glück gehabt. Das hätte ganz schön schief gehen können. Und Arthur ist hier nur zum Ziel, Ehre für die Familie. Ja, ja wirklich. Arthur smasht nicht mal nur für sich selber, sondern... Oh, oh! Der Edge-Crancel! Hello? Cool. Einfach nur cool. Oh, god, diese Stage ist ganz mies für Falcon. Ganz mies. Oh, what? Excuse me? Das ist nicht erlaubt. Kein Gentleman, niemand kann es. Kein echter Move. Nice. Shit! Can jump! Ganz mies! Die Daunler kam jetzt einfach die ganze... Ja, aber es ist noch überhaupt nicht vorbei. Yes! Krass hoch der Eid. Okay, okay. Ey, ihr habt bis hier zuerst gehört, Signbee nicht der beste Move. Nicht die ganze Zeit. Aber Mann, es ist einfach... Es ist einfach zu verlockend. Schön. Geiles Spacing. Jawoll. Einfach die einfachen Stocks holen. No. Nicht so. Oh, Hololulu ist im Chat. Was geht, Ante? Jo, Hololulu! Alle vermissen dich. Warum bist du nicht hier? Sad. Nächstes Mal. Naja, bestimmt kein... War ja richtig schnell alle Plätze überlegt. Ja, ja, alle wollen mitspielen. Nice! NICHTEST Game. Fuck it. NICHTES Game. Niemand will auf Yoshis gewinnen. Dafür sind wir nicht hier. Was gibt es? Pokémon? Poképloads? Pokémon auch... Den Storm bei Null. Oh Gott. Techchase City. Die Zeiten ist völlig crazy. Die ganze Zeit. Schön. Okay, das ist das langweiligste Neutral-Game, das man sich jemals angeguckt hat. Oh, es geht. Kein Bock mehr. Nice. Schön. Fair. Oh. Kann er? Nee, kann nicht. Stop. Arthur ist einfach krass defensiv auch. Ach, aber schön, dass du einschaltest von Lulu. Ja. Hi. Es ist okay, wir nehmen alle Zeit, die du uns gibst. Vielen Dank. Oh, let's go. Auch übrigens, alle, die Bock haben, nächste Woche zu kommen. Jeder kommt nächstes Mal. Nächstes Mal ist einfach 64er-Limit und alle kommen. Na, ich glaube, immer noch 20 Seiten. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, 16 sogar leider, ehrlich gesagt. Obwohl, wenn wir da hinten geplatzt haben. Ich weiß nicht, ob wir es suchen. Das wäre richtig gerne. Das ist so eine Quadratmeter-Frage, glaube ich. Ein Setup, mindestens. Nice. Also, ein Setup können wir hinten noch. Könnte man, das wäre eigentlich sicherer als hier bestimmt. Oh, knapp. Yes. Wuhu. Side B, we love it. No. Oh, nein. Aber da kommt das wieder. Geh an dir Latsch, du Lappen. Yes. So. Konstantin vorne, let's go. Wir brauchen den Ausgleich. 2-1, potentially last game. Okay, nice. Gute Roll. Nice. Schön gewartet. Ja, aber. Ganz irgendwie ist heiß. Siehst du das? Der bewegt dich sehr. Viel Spaß, wenn du bist. Nedo. Ja, Mann. Oh. Oh. Aber auch krass, dass Dennis da ist. Da er ja sein Tierless Third Day hat. Das ist da der einiges geopfert für uns. Oh Gott. Oh, einfach durchlassen. Oh, Counter. Mega rude. Ah, Tipps. All day getippst. Ja, boah. Wo, Alter, wo? Okay, können die goldenen Glitzerbuttons Konstantin aus der Bredouille retten? Yes. Ist das Contis letzter Winnerstock? Winnerstock? No. Let's go. Gib uns Game 5. Alles was wir wollen ist gefälligst das geile Comeback. Oh, ganz knapp daneben. Ganz wilder Stomp von der... Oh, sick. Oh, oh. Einfach gemabbt. Haha, nein. Ja, leider. Sau gutes Game. Stark gespielt. Sick. Alter, einfach. Einfach beendet. Ich liebe einfach Meldé. Ich habe eine Frau und ein Kind. Ich habe ihn trotzdem gefickt. Oh, n котley. Oh, nöööööö. Ciao. 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 Warte draußen. Cassettin, base it in, aber hype. Ich habe mich so überdirect gestern, leider. Du bist dir selber treu geblieben. Das ist das Wichtigste. Aber man muss halt mehr trainieren. Das werde ich aber auch nicht machen.